Servus, bei mir ist jetzt der Bernhard, grüß dich Bernhard. Grüß dich Bernhard. Bernhard, magst du ein bisschen was von dir erzählen? Ja, eine Paterin suche, immer noch auf der Uwe Ben, auf der Paterin. Und wenn ich auch gerne mal in die Zeitung drin sein möchte, im Gläubio und aktuell oder im Wochenblatt drin sein oder im Trauriger Tagblatt auch mit drin sein. Okay, Bernhard, wie alt bist du? 54. Und wo bist du her? Ich komme aus Mitterfels. Okay. Wie stehst du deine Traumfrau vor? So eine lange Haare haben, das soll auch so eine sein. Der schön Sternchen anhat und so braune Trumpfhosen anhat. So irgendwie schaut. Segen wir jetzt nicht, aber ja. Vom Charakter her? So als recht freundlich sein. Auch ein musikalisch sein. Mit einer Band gründen auch. Und dann auch zu den Pugimäuschen dazugehen. Rockroll tanzen. Auch tanzen möchte ich. Okay, super Bernhard. Das war's schon wieder. Das war jetzt der Bernhard. Wenn Sie Ihren Bernhard kennenlernen wollen, dann meilt sie euch bei ihm. Servus.